Meine Damen und Herren, die Fraktion Freie Wähler BMV scheint sich zur Katastrophenschutzpolizei zu entwickeln, äh Polizei, Entschuldigung, Partei zu entwickeln, wie man aus den vielen kleinen Anfragen und Anträgen zum Thema Katastrophenschutz schließen könnte. Ich laufe hier massiv Gefahr, wenn ich jetzt mich an mein Redemanuskript halte, dass ich mich komplett wiederhole. Also ich kann mich da wirklich nur den Ausführungen unseres Innenministers anschließen und abschließend dazu sagen, dass wir den Antrag ablehnen werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.